Grüß Gott! Ja, solche Wunden, solche Schürfungen oder Schnittwunden, die passieren sehr schnell und oft im Urlaub. Und was können wir tun, damit die Wunde so schnell wie möglich heilt? Desinfizieren. Richtig. Aber meistens benutzen wir so Lösungen, die man in der Apotheke am schnellsten bekommt. Und das ist auch gut. Das ist besser als nichts, weil diese Lösung natürlich desinfiziert. Aber sie wirkt nur wenige Minuten. Und das ist das Problem, weil die Ränder der Wunde mit Bakterien besetzt sind. Die wandern dann rein, auch in den Stunden danach. Und da ist es besser, wenn man mit einer Salbe eine dauerhafte Desinfektion erreicht. Ich empfehle also eine Jodsalbe, die man aufs Pflaster tut. Und das Pflaster um die Wunde und gegebenenfalls jeden Tag erneuern. Nämlich so lange, bis die Wunde trocken ist. Dann braucht es das nicht mehr. Und dann heilt die Wunde am schnellsten. Und das ist doch das, was wir im Urlaub am liebsten wollen. Dass wir schnell wieder baden können. Wieder was kellernd. Stimmt's?